Was ist Affiliate Marketing und wie du damit Geld verdienen kannst? Kurz gesagt, es ist ein internetbasierendes Provisionssystem, bei dem du an den Verkauf von Produkten einen bestimmten Provisionssatz erhältst. Du kannst damit also Geld verdienen, ohne dich um irgendetwas kümmern zu müssen. Und das Beste ist... Der Verkäufer trägt die komplette Verantwortung. Du brauchst keine eigenen Produkte, du brauchst dich um keinen Support kümmern, du musst keine Produkte pflegen. Kurz, du bist für nichts verantwortlich. Was musst du also machen, um jetzt damit Geld zu verdienen? Die einzige Gegenleistung, die du dafür machen musst, du musst andere Leute dazu bringen, diese Produkte zu kaufen. Wie du das machen kannst? Die Affiliate Links im Social Media Netzwerk verteilen, dein Blog, deine Webseite, Zugleister mit Affiliate Links, deinen Freunden empfehlen, E-Mail Marketing. Es gibt keine Grenzen, wie du die Links verteilen kannst. Das bleibt alles dir selbst überlassen. Wie funktioniert Affiliate Marketing? Du meldest dich beim Partnerprogramm oder dem Webshop an, du nimmst deinen speziellen Link mit deiner Affiliate ID, du verteilst den Link wie ein Weltmeister. Welche Verpflichtungen hast du? Das ist jetzt das Beste an der Geschichte. Du hast keine Verpflichtungen gegenüber den Kunden. Die trägt allein der Verkäufer. Was kostet Affiliate Marketing? Generell ist es kostenlos. Einige wenige Anbieter verlangen jedoch eine Grundgebühr. Diese Anbieter möchten sicher gehen, dass der Affiliate es auch ernst meint. Nicht jeder möchte mit Spam in Verbindung gebracht werden. Jedoch würde ich von diesen Anbietern Abstand nehmen. Optionale Kosten können jedoch entstehen, wie zum Beispiel Werbeausgaben, Tools, die das Verkaufen unterstützen, separates Werbematerial, zum Beispiel eigene Bilder etc. und deine investierte Zeit nicht zu vergessen. Was sind das für Produkte? Hier gibt es eigentlich keine Grenzen. Das können sein Abos jeglicher Art, Konzerttickets, Versicherungen, digitale Produkte, Möbel, Kleidung, Schmuck, Lebensmittel, Bücher und so weiter. Wer bietet ein Affiliate Programm an? Eigentlich jeder, der im Internet etwas verkauft. Die meisten Shops oder Hersteller haben ein Affiliate Programm, bei dem du mitmachen kannst. Schau einfach einmal auf der Webseite im Footer der verschiedenen Shops oder Hersteller. Es gibt auch Affiliate Plattformen, bei denen die verschiedenen Händler bzw. Hersteller ihre Produkte vorstellen, um dich als Affiliate Partner zu gewinnen. Du musst dich nur entscheiden, ob du digitale Produkte oder physische Produkte verkaufen möchtest. Hier sind einige Anbieter im Überblick. Digistore24, Arwin und das Amazon Partner Programm. Mehr Affiliate Partner Programme? Einfach die liebe Suchmaschine fragen. Worauf solltest du unbedingt achten? Die Höhe der Provision, Qualität des Partnerprogramms bzw. Webshops, die Dauer der gespeicherten Cookies, wann und wie erfolgt die Auszahlung. Prüfe, ob das Tracking funktioniert bzw. der Affiliate Link. Kontrolliere regelmäßig die Links und ob das Produkt noch vorhanden ist. Werbe nur für Produkte, die du selbst kaufen würdest. Noch mehr Informationen zu Online-Marketing findest du auf meiner Webseite. michas-online-marketing.de In Sachen Mechanics まだ nichts von tiny anife Children живete, michas-online-marketing.de Und zwar nieige, dass du Menschencirizierter hab ledger rôle in 14 Kings wurde aber nicht überlebt. wird Pierce лаг shrimp